halbzeit warum ja türchen 12 24 sind die hälfte 12 also halbzeit und so früh am morgen die frau auch am frühstücken wollen wir mal türchen 12 öffnen an diesem schönen sonntag und wo haben wir die 12 kriegen wir sie auf also das ist schon ein wenig schlecht an diesem kalender gut verbaut zum aufmachen und was haben wir drin aber hätte es gedacht ein arbeiter mit motorsäge und dann gehen wir zum fall adventskalender und waren wir die 12 da oben über der festtagsfreude ja das dauert noch ein bisschen eine person die sitzt mit tasche also ein schönes figürchen für den bahnhof und wieder zwei schöne figuren die irgendwann unsere anlage bereichern werden ja ganz sicher ja das war türchen 12 und ihr wisst ja heute dritter advent 20 15 kabel eins einschalten da kommt wieder deutschlands beste miniaturbauer seid dabei schauts an wir sehen uns morgen wieder zum türchen 13 bleibt gesund viele grüße markus und tschüss